Ja, was denn für ein arschiges Biest bist du denn? Ich gehe hier einfach nur lang. Und stehe. Haha, das kannst du mir gar nichts. Guck mal, da unten ist noch ein Vögelchen. Oh, aber da oben ist ein... Ein Medaillon. Medaillon. Le Medaillon de la... Exploré. Circumflex. Ah, bonjour. Oh yeah. Ein Medaillon. Gondola Glide. Ja, wir wollen natürlich gleich wieder rein da, ne? Oh, zwei sind schon da. Tirli, Tirli, ich hab euch. Und ab nach oben. Ist ihr Schatten gerade mit nach oben geflogen, etwas? Das würde mich ja irritieren. So, wir müssen noch mal mit der Gondel fahren. Weil... Äh, Gott will es so. Haha, aber mal so richtig geskillt, ne? Ich finde, seitdem meine Begründung für alles Gott will es so ist, ist mein Leben viel leichter geworden. Hätte ich so nicht gedacht. Aber, man lernt ja nie aus. Da ist nämlich ein goldenes, äh, Zahnrad. So, und da ist noch ein Vögelchen. Du hast mich gefangen. Ja. Und das hab ich. Ähm, ich frage mich nur, wo komme ich hier noch hin? Oh, da hat er mich erwischt. Obwohl ich schon so genial weggesprungen war. Guck mal, hier, da können wir doch hin. Alter, wir sind so geskillert. Und, dass ich nix mehr sehen kann. Ach, kann man hier auch hundert einsammeln? Wäre ja mal interessant zu wissen. Ähm. Hier ist nix mehr. Hier unten ist noch was zu holen. So, komm ich mir mal vor, wenn ich joggen gehe. Ich komm nicht voran. Hat gar keinen Sinn. So, 71. Rein theoretisch können wir das schaffen. Wenn uns hier nicht irgendeiner trifft. 89. Ah, hier oben können wir auch stehen. Äh, haben wir denn jetzt hier noch welche? Ja, da hinten sind noch welche, ne? Ich dachte eben, was war das denn für eine Gondel da unten? Aber das ist ja einfach nur die Spiegelung. Da ist auch noch eine. Langsam, aber stetig kamen sie ihrem Ziel näher. Es waren noch sechs Münzen zu sammeln. Fünf Münzen zu sammeln. Vier Münzen zu sammeln. Ah, Alter. So, vier Münzen sind es noch. Also hoffe ich. Ich hoffe nicht, wir haben mehr verloren. Ach, fünf Münzen sind es noch. Oh, guck mal hier. Aber da ist eine blaue. Ich glaube, wir haben es noch welche. Ich glaube, wir haben es noch welche. Tada. Geschafft. Und. Yeah. 100 Hidden Coins. Vier Minuten. Ach, jetzt sind wir auf Dings gegangen. Ich wollte eigentlich schon wieder zurück. To the sky. Sky is the limit, ne? Sage ich mal nur so. Bum, bum, bum. Und was ist hier? Warte mal, gibt es hier auch was? Dieser Weg zum Schneeland. Geht es hier zum anderen Schneeland? Tatsache. Das sieht auch cool aus. Ich mag dreidimensionale Level. Also die wirklich dreidimensional sind. Viele sind ja einfach nur in einer 3D-Umgebung. Willkommen zu Schneeland. Aber welche, die nach oben, also die auch sehr vertikal sind. Das fliegende Melallion, das haben wir schon in dem anderen Level gefunden. Hidden Coins im Gras. Okay, 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 okay. Kannst du 100 Coins finden? Ja, natürlich. Ich bin der Meister am 100 Coins finden. Nein! Du alter Käsekackfuß. Ich hab dich gefunden, ne? Du hast mich gefangen, Tirelli. So, 39 Münzen haben wir. Wahrscheinlich nicht mehr so viele wie am Anfang. Oh, Saman. Hallo? Ah, wenigstens hat er mal was fallen gelassen. So, noch ein goldenes Gier. Ein alter Gierlappen. Was ist das denn? Achso. Ich dachte gerade, es sah von oben so komisch aus. Und da war ich für einen Moment verwirrt. Ne, du bleibst stehen. Das heißt, dich haben wir schon. So, im Gras soll ja auch was versteckt sein. Wir hatten wahrscheinlich schon 199, aber... Dann kommen diese grauen, statisch aufgeladenen... äh, blauen statisch aufgeladenen, äh... Pickelhauben da. Lauf doch nicht weg, du! Vogel. Geh mal zurück zu deiner Mutter. Ja. Bin ich gefangen, Tirelli. Hier ist nix mehr. Ah, da! Ja, du hast mich gefangen. Natürlich habe ich das, mein Kumpel. 80. 80 kriegen wir doch hin. Ich glaube vor allem, dass da gleich noch was ist. Ja, siehste. 88. Ja. 88. Da wollen wir schnell 89 draus machen. Hö, äh, wo? Äh, da oben. Ähm, wie komme ich bloß da hin? Ja, wahrscheinlich nicht über... ...eine kurze Tour, sondern... ...über die lange... Ah, da haben wir eine. Eine gute Tour. Jetzt haben wir schon 92. 98. Oh, habe ich da eben etwas gesehen? 98. So. Wenn ich jetzt da gleich runterschieße, ne? Dann drehe ich ihm den Hals um. Tada! Tada! 100 Münzen collected! Ja, sehr schön. Äh, wir kontinuieren, bitteschön. Weil da oben war ja noch einer. Den haben wir noch gar nicht genommen. An uns. Das hört sich auch irgendwie komisch an. Tada! Diddly-dim. Diddly-dum. Diddly-dai. Under the snow tree. Under the snow tree. Wow, wow, wow. Wieso ist es denn dunkel? Wo ist... Ich will wieder zum Schneeland. Da ist das Schneeland. Vielleicht kann ich ja auf dem Warp-Gelände landen. Ach, schade. Hui! Fliege nicht irgendwo hin. Sondern bleibe bei mir. Das Mysterious Flight, äh, Medallion. Dankeschön. Der Applaus ist gerechtfertigt. Haben wir denn jetzt alle? Hast du alle wiederbekommen? Du hast sie gefunden, Tirili. Ich habe hier ein glänzendes Objekt. Nimm du es. Chirp. Ja, bevor jetzt seine Kinder damit abhauen. Halleluja. All penguins saved. Penguin. Es ist ja nicht Pinguin. Es ist Penguin. So. Wo fliegen wir da zurück? Ähm, war hier nicht in der Ebene auf einer Insel? Was ist das zum Beispiel für eine Insel? Tada! Was haben wir hier? Zum Mystery-Ill-Garten. Ja, den gucken wir uns sofort an. Ach, warte mal. Können wir hier nicht, äh... Ah, ne, hier kann ich nicht. Ich dachte gerade... Hier ist auch nichts. Ja, dann mal ab zum Irrgarten. Wir werden schon wieder von Aliens entführt. Aber diesmal von anderen. Huch. Ich sehe ja nichts. Hier, wo kommt denn all der ganze Staub her? Aber ist ja gut für uns Kakteen, dass wir fast komplett aus Wasser bestehen. So wie du, du kleiner Fleischsack. Aber komm da draußen, bitte dich um, ja? Okay. Ciao. Alter Vater. So. Äh, hallo?